Normalerweise lebe ich Datenschutz, heute lebe ich Datenschmutz und zu verlosen gibt es mein neues Buch. Ich kriege dich die Kunst, Menschen zu gewinnen. Ein Ex-Agent verrät die besten Strategien. Ein Krimi, der macht Spaß zu lesen und in diesem Buch ist Wissen versteckt. Wie baue ich Vertrauen auf, wie punkte ich auf der Beziehungsebene, wie gewinne ich andere für mich, für meine Ziele, für meine Ideen und wie es funktioniert, das lest ihr hier unten.